Die Kinder und die Kinder 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 Hallo, guten Abend. Mein Name ist Rosy Rodriguez Ich wohne in San Juan de la Rambla, Tenerica. Ich bin 47 Jahre alt für Harajtis und ich habe zwei Kinder. Das ist mein Alter. Ich stier morgen um 7 Uhr auf. Dann wasche ich mich. Um 4 Uhr nach 7 Uhr gehe ich in der Küche und von der Stücke. Ich esse ein Sandwich und trinke ein Glas Milch. Dann siehe ich mich an. Um 4 Uhr von 8 Uhr bringe ich meinen Sohn zur Schule. Um 8 Uhr komme ich im Büro an. Am Vormittag trinke ich einen Milch Kaffee. Ich bin an der Arbeit bis 4 Uhr. Um 5 Uhr gehe ich nach Hause. Zu Hause ruhe ich mich ein bisschen aus. Am Montag, am Mittwoch um 4 Uhr von 7 Uhr lerne ich Deutsch in der Sprachschule. Um 9 Uhr esse ich mit meiner Familie zu Abend. Ich lese 20 Minuten die Sagen und servieren. Um 11 Uhr gehe ich im Bett. Um 12 Uhr schlafen ich. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und mit. 先